Rollo, was passiert? Wann passiert was? Was passiert gerade, Schatz? Ja, wir sind hier bei den Rollos und bei den Jannis und bei den Brunos. Und Aaron ist da mit Bruno. Oh, guck mal. Aaron ist ganz lieb. Aber man hat ein bisschen schwarze Hände. Vielleicht sollten wir erst mal warten. Einfach so viel Platz. Okay. Ich bin schön, dich zu sehen. Ich bin auch schön, dich zu sehen. Ups, ich bin müde. Oh, Aua, Sachjes. Sachjes? Ja. Okay. Und Schatti, wie war es heute? Schatti hat das Wohnmobil eingeparkt. Und Sie? Ich bin nicht mehr. Ich habe die ganze Straße hier. Oh, nicht in eine Ort. So, Gastgeber Puff. Okay. Bye. Ich bin froh hier zu sein.